ARD Text im Auftrag von Funk Der kann nicht wahr sein! Pascal, du sagst das ganz schön oft, ne? Ob das noch glaubwürdig ist. Ja, du bist unglaubwürdig. Mit deinem Koran. Ich schwöre auf Koran. Ich schwöre auf Kevin Korani. Korani. Haha. Gott, ey. Habt ihr schonmal auf Entfernung jemanden umgebaut, ohne... Ich bin nicht auf dem Boot. Weil ich spiel mit nem Sniper sozusagen. Alter! Mein Internet war weg. Hä? Bist du blöd? Nee. Der wurde wieder von der NSA gebrochen, als er die Kinderpornos gesucht hat. Kann natürlich sein, Alter. Besucht und gefunden, ne? René, veröffentlicht doch immer diese perverse Machenschaften, die er da immer macht. Veröffentlicht er auch bei... Diese perverse Machenschaften auch geil. Auf irgendwelchen Schulseiten veröffentlicht er das immer. Ja, hauptsächlich weil ich Schüler von... Kommt er wieder zur Schule gefahren mit seinem Miley Cyrus Tour-Shuttle-Bus. Und dann geht das einfach auf so einen Miley Cyrus Turnranzen, weißt du? Ja. So ganz klein. Und da, da... Ganz klein. Wo sind ein Embryo noch reinpassen, ne? Deine Miley Cyrus Liebesperlen, deine Miley Cyrus Handschellen. Liebesperlen. 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 Die haben immer dabei, wenn ich zur Schule gehe. Hä? Oh, Leute. Wie, der hochgeflogen ist, hast du auch gesehen? Ja. Ja, da hab ich ja erschossen. Der hat ja so ne schöne Ladung gekriegt. Will erst der sein. Will erst der sein. Alter Junge. Bleib mal locker. Neuklimm. Neuklimm. Spielt schon wieder dahin? Scheiße. Ne, 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 ne. Nix. Ich find die Waffe so scheiße einfach auf Entfernung. Ich find die Waffe so scheiße einfach auf Entfernung. Das ist nix mit. Auf mittlere Entfernung geht's. Aber auf große Entfernung muss ich sagen, krieg ich mit keiner Waffe irgendwas. Spawnkiller. Ich pass doch nicht auf, du spawnst. Dann sag ich immer. Ne, jetzt doch nicht. Was kann ich jetzt gerade gespawnt? Ich dreh mich lieber um und lass mir den Rücken schießen, weil was kann das denn? Aber was kann ich denn gerade gespawnt? Du bist echt ein Spawnkiller. Ja, ich steh da zu. Alter Junge, Spawnkiller. Boah. Du bist schlimmer als Embryo. Outtue mich jetzt als Spawnkiller. Nicht der voller Schwein. Ey Junge, warum stirbt der nicht? Oh, jetzt gibt's hier eine Nagaya 4 als... LOL. Als Spezialweapon. Geht ja mal gar nicht klar. So. Wer will jetzt mal was aufs Maul? Du. Deinem Arm. Du hast ihn. Du hast ihn. Das ist wie du es machst. Das ist wie ich ruhe. Ey ohne Scheiß. Immer wenn diese Waffe hier extra Punkte bringt, ne. Dann finde ich niemanden. Auch nur annähern. Och ne. Es ist als ob sie sich dann immer alle verstecken. Ja. Ich dachte das wäre schon wieder Campen der Spawnkiller. Aber... Du bist der Spawnkiller. Ja bin ich auch, aber... Ich hab Pascal lange nicht gesehen, der Camp ist schlecht. Die ganze Zeit. Kannst du hier im Video gucken. Ja mach ich auch. Ich werde das genau kontrollieren. Ja. Guck dann die Videos. Und dann werde ich die Sekunden ausrechnen, die du dich an einer Stelle befindest. Und dann guck der in die Normen von Viki nach, ab wann man denn als Camper gilt. Da gehst du schon so eine Zeit. Ja. Ja. Und dann überschreitet Pascal das leider mit einer Sekunde. Das weiß ich jetzt schon. Sowieso. Ich hab' wie er weggelaufen ist, weißt du. Ich beschieße ihn. Der macht ein eigenes Wikipedia auf und da schreibt er dann einen Artikel rein. Das ist ein Wikipedia und da stehen alle meine Machenschaften drin. Nee deine Mama. Heute hab' ich masturbiert. Morgen hab' ich auch masturbiert. Schreib' ich doch in Zukunft rein. Das ist kein Wikipedia, das nennt man Tagebuch. Ja echt. Du war Depp ey. Nee, er schreibt ja seine verschiedenen Techniken da ran und erklärt das ja, weißt du. Ja, das schreib' ich damit nicht heute hin. Er muss das ja allgemein halten, damit das Wikipedia auch auf lange Zeit irgendwie, ne? Aktuell bleibt. Hättest du jetzt ein Datum besagt? Du lässt dir da rein so neues, frisches interaktives Format, weißt du. Dann erscheint so ein Männchen und du, äh, weißt du, dann kannst du auf die Körperstelle drücken und dann sieht man, wie du das frisst. Hä? Einmal ohne Grund, wie du das frisst. Wüsste ich. Das war ein Zuruf für mich. Alter. Junge. Wie seht ihr denn jetzt schlecht? Pascal, komm' ein bisschen tot. Ich bin halt schlecht. Ich bin immer noch besser als Pascal. Und zwar Eisbruch. Und das ist der ausschlaggebende Punkt einfach, ne? Da ist ja auch krach, die sind Batwe. Batwe, so wie der afrikanische Stammesführer. Ja, aber den werde ich jetzt nicht nochmal machen. Ich weiß genau, dass du das willst. Ja, mach ihn. Deswegen mach ich das nicht. Mach ihn für mich. Ne. Auch für dich nicht. Mach ihn für mich. Da hab ich den eigentlich aufgenommen, ich glaub' nicht. Oder doch. Doch, ich glaub' doch. Das musst du einen Song machen. Du die ganze Zeit nur so einen Scheiß da brabbelst. Das wär kein Song, das wär einfach nur dummer Scheiß. Ich bin besser, es ist geil. 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 Ja, weil die Bots gerade alle rausgegangen sind. So sieht's aus. Ich will gar nicht safe aus spielen. Ich will gar nicht safe aus spielen. Ich bin wieder safe aus. Was ist denn da los, ey? Safe aus? Das ist das neue Dust. Ohhhh. Operation Payback. Operation Rust. Oh René, jetzt wird hier wieder mit der Puiperum gerömmert. Ja, Mann. Das Spiel ist noch nicht mal gestartet und ich hab' schon einen umgebracht. Ja, Mann. Ne. Alter. Jetzt konnte ich hier wieder nichts auswählen. Fuck. Dumm denn. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Hallo. Alter Junge. Ey, dieser eine Typ, ne? Der ist voll krank mit seiner AK. Da sieht er auch aus mit der Letzte. Da ist er doch wieder mit seiner... Alter, wie viel hast du denn reingesteckt? Oh Gott sei Dank, ey. Wie hast du denn reingesteckt? Wie hast du denn reingesteckt? Du hast mich einmal getroffen. Oh, Mann. Tanzt so um dich rum und denk mir, fuck it, er trifft mich. Aber nein. Fuck it, der tanzt so viel besser als ich. Nein, das war keine Leistung besser als ich zu tanzen. Das war's nicht nur so zur Tanzfläche legen. Das ist schon besser. Und dann sagst du nur so, oh, oh, top. Und dann schaffst du so... Ne. Nicht der Fotzenkopf wieder, ey. Na, boah, ey. Boah, wie ich ihn über die Mauer gehauen hab nochmal. Gehauen hast du ihn? Ja, komm rein hier. Wie gesehen. Alter, der schluckt aber auch. Ach, da rennt er einfach weg und wird von seinem anderen geschützt. Versteck mich einfach jetzt die ganze Zeit aufs Klo. Ne. Wer hat mich... Alter. Ne. Nur am Stehen, ne Kevin? Ja. Wie gesagt, am Laufen kann ich nicht schießen, das bringt mir nichts. Alter, der ist auch nur am Schlucken. Was schluckt der denn? Das liest du gar nicht wissen, da. Wenn man ihn abkriegt, den Schwanz. Ich schlucke Bilder. Dann kann ich nicht bestätigen. Alter, geh durchs Fenster. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Ich hasse den. Ich wünschte, der wär tot. Abgehst du. Ey, du bist ja schlimmer als... Schlimmer als Hitler. Ich wollte es nicht aussprechen, aber ja. Ah, passt geil, ne? Mach mal was Produktives in deinem Leben. Als Sniper in Counter-Strike. Ach, du grüne Neune. M-Bot. Scheiße. M-Botzt. Da ist er doch. Den seh ich auch nie, ne? Was kann, der muss ja die ganze Zeit nur hinter sitzen. Oh, keine Scheiße. Ja, ein bisschen hat der Job, da haben wir nicht mal Zeit für anderes. Ich run hier die ganze Zeit durchs Haus, ne? Stürme und stürme. Und der spawnt einfach die ganze Zeit nur hinter mir und tötet mich. Ach, komm ey, das ist doch wohl ein Scherz, ey. Ja, das ist ein Scherz, was du mich gerade fast getötet hast. Du stiegst. Du stiegst. Genau gehört, was du sagen wolltest. Ach, ey Derek, ey. Wie du es versucht hast. Mensch, Derek. Alter, das war voll Premium, wie ich ihn umgebracht habe. Leute. Ey, das kann nicht. Kevinchen hinterm Baum, ey. Du Baum. Treehugger, ey. Du Baum, ey. Du bist voll der Baum. Kevinchen hinterm Baum, ey. Da kommt er wieder angetanzt, ey. Sicher. Hinter seinem Baum. Wo ist er, dieser Baumficker? Was ist genau, dass der irgendwo ist? Boah, ich habe auch noch so viel Power. Das lohnt es richtig, jetzt noch loszulaufen. Ei. Ah, nein, 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 nein. Ich fiel Power, ey. Ich bin der Führende. Jetzt nicht mehr. Oh, Qualle, du alter Lachs. Nimm dir dein Fischgesicht aus dem Gesicht und dann mache ich da Lachs draus. Elf Power hatte ich, ey. Oh, Mann. Qualle, du Qualle. What the fuck? Elendiges Stück Scheiße. Es ist ja tot, ey. Es ist ja endlich tot. Tone ist eigentlich immer so böse. Gott sei Dank, ey. Was hilft da noch? Der will einfach nicht sterben, ey. Der will, der kommt doch immer wieder. Wie so ein Herpes ist der. Meine Güte. Ey. Scheiß Camper, ey. Du Arsch. Nice shot. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße, Alter. Oh, danke. Oh. Was dann? Ah, ist er? Na, komm, beweg dich durch Haus, ne? Ich seh dich. Aber wer schießt denn da? Aua. Ja, der Bot steht direkt halt. Keine Ahnung, ey. Ey, Scheiße, ey. Wie kann dieser blöde Bot das überlebt haben? Da hab ich fünfmal in den Arsch geschlafen. Ja, ja, lass mich doch in Ruhe, ey. Ja, aber Qualle, ich hab ihn gesehen. Wer schießt denn da? Was ist das denn für ein Behinderter? Der steht die ganze Zeit neben mir und trifft ihn nicht. Wie er in der Luft weggehauen wurde. Scheiße. Mann. Stop, 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 stop. Stop, stop, stop. Stop, stop, stop. Komm her. Alter, ich mach gleich den Stammesführer von Ecuador, ey. Ecuador, ein Stammesführer? Ja, natürlich. Ja, ne, ist das. Ja, auf jeden Fall. Weißt du, was richtig gay ist? Dass Kevin mit seinem scheißge Camper auch noch Erfolg hat, ne? Das ist mal wieder die Bestätigung, dass die richtige Schwuletten an der Macht sind. Nur weil er überhaupt nicht würde Camper. Ey, das kann nicht sein. Pascal, sein Lügenkonstrukt bricht zusammen. Das ist ja echt nicht wahr. Wie kann er mit einer Fuck-AK so weit schießen? Das verstehe ich im Leben nicht, wie das funktioniert. Kniff geben, ich sag dir das. Was für'n Kniff, ey. Ein Kniff halt. Ja, Skill ist der Kniff, und den besitzt du nicht. Was für'n Bullshit-Live, das wird verboten. Ich bin jetzt grad sauer, weil ich besser bin wie er. Nicht mehr lange. Echt? Ja, du sitzt die ganze Zeit dahinten in der Ecke, ich seh dich. Wo denn? Ja, da hinten! Wo denn? Ja, ich weiß grad ganz genau, dass du da hinten sitzt. Hinten in der Ecke links bei diesem Geldtransporter. Ach, das ist doch nicht wahr. Echt? Tu ich das? Ja. Guck doch. Jawohl, Lindia doch. Aber er sitzt da oben im Haus und campt. Boah, das ist geil, ey. Das ist so'n Camper. Und dass er auch noch zweiter ist und damit Erfolg hat, ne? Kevin. Ja, auf offenem Feld kämpft. Ja, ich renne hier, ne? Ich bin scharf, wir sind gegangen durch die Gegend. Ja. Kevin hält das offene Feld. Das, was ich liebe. Keinige. Kein töten. Ach, ne. Ich hatte dich gar nicht aufm Bildschirm, ey. Dann kamst du doch schon. Hast du dein Hacker-Tool wieder nicht angehabt, was? Das ist natürlich schlecht gewesen. Keiner Mond weg. That's how you do it. Alter, wer ist das? Mit dem Hacker-Tool? Alter, Schlede. Das ist echt nicht wahr. Alter, Derek. Nee. Wie er die anderen Schuld gibt, ne? Ja, Derek. Der ist doch schlecht. Derek, ey. Der hat ne gute Serie gemacht. Du machst ihn einfach so runter. Mann, Derek. Wo steht der nochmal mit? In Derek. Heißt du Derek so? Ja. Heißt du nicht Mensch Derek oder sowas? Nein. Das war Mensch Markus. Egal, ab sofort hast du das so. Mensch Derek heißt. Oh Gott, wie kann ich bloß nicht mehr so sein? Irgendwer ist da ganz schön gut, ey. Müsst du da Fragezeichen. Das ist der Mysteriöse. Wo sind sie denn die ganzen Popolecker? Campen oder wieder? Da bin ich wieder vorne. Da war doch einer. Ja. Es gibt nen Bot, der heißt Rain. Na Quale? Aber du sitzt gar nicht und campst hinten nicht bei dem Truck. Du bist der Beste. Du bist so toll. Du bist so toll. Du bist so toll und so schön. Da gab es gerade Bonuspunkte für. Du bist so toll und so schön. Da gab es gerade Bonuspunkte für. Ach, campen? Da bist du so schön. Nee, du war mit der Arme. Ach so, aber wenn ich mit dem Schaffen zwischen mir, dann camp ich ihn gemacht. Oh, 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 oh.